Wir sind hier in der EMMA 01 in der Stadt Lauerstraße. Wir sind hier im Prinzip für die gesamte IT von der Stadt Wien zuständig. Meine Aufgaben sind zum Beispiel das Warten von virtuellen Servern, die bei uns laufen und auch wenn es Probleme oder Störungen gibt, dann helfen wir auch den Kunden oder halt Mitarbeitern bei uns im Magistrat. Wenn euch das Thema IT genauso wie mich interessiert, dann bewerbt euch auf jeden Fall bei der Stadt Wien als Lehrling und die ganzen Infos dazu findet ihr dann hier.